so liebe leute da sind wir wieder bei assassin's green syndicate die mission haben wir dann noch geschafft und machen weiter so haben wir das auch sehr gut dann reisen wir auf die karte zurück oder kann ich habe ich irgendwas mit dem level fähigkeiten einen hammer also bisher nicht wirklich aufrissbar leider nicht schade 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 aber gut und dann gehen wir mal zurück zum zum zugversteck der es nämlich hier und dann haben wir nämlich die nächste mission direkt nebenan da habe ich das jetzt mit uns jetzt sehr lange gedauert klar aber passiert noch mal so werdet ihr gerade im lade bittschirmes Da wir jetzt gerade unterwegs mit der Schnellreise aus dem Zug sind, ich gucke ob da die nächste Mission irgendwo gleich aufzuspüren sind oder gleiche Missionen zu machen ist. Hallo Mr. Gatling, aber versuchen wir es halt. Ich weiß, wir sind Level 4, Level 5 ist, aber wie gesagt. Er hat ein Geschenk für dich. Okay, dann probieren wir es. Ich versuche es hinzukriegen, aber kann es nicht versprechen. Ich hoffe, dass es so ohne Probleme funktioniert. Mr. Frye, sehen Sie sich das an. Ist sie nicht wunderschön? Oh, gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. War gar nicht so schlecht wie sie. Sie klemmt. Oh scheiße. Weg! Ha, wir dürfen sie, glaube ich, jetzt alle wegbraten mit der Gatling, mit dem Wiesem Mg hier. Ja, wir dürfen sie, glaube ich, jetzt alle wegbraten mit der Gatling, mit dem Wiesem Mg, 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 mit dem Wiesem Mg. So, komm jetzt die nächste Ziele wahrscheinlich gleich angerannt. Und da. Ja. Ja, kann ich heute nehmen, das kannst du schon knicken. Die Angreifer will siegen. Frage ist, wie viele kommen da noch. Oh, re understanding. Ich denke. Oh. Star! Oh, re Burfe! Oh! Ich glaube, wir müssen los. Ich glaube, wir müssen los. Oh, Spielen nicht wirklich, oder? So, da war mir das Spiel gecrashed tatsächlich und jetzt geht es weiter hier mit Assassin's Creed. Sorry, dass ich jetzt hier gerade mal ein bisschen was machen musste, aber gut, das Spiel hat sich tatsächlich in die Mission eingeladen wieder. Das ist sehr, sehr gut. So, wir müssen den Wagen für Wagen abhängen. So, wir müssen den Wagen abhängen. So, wir müssen den Wagen abhängen. Nee. Der weg. Der weg. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier weitermachen kann jetzt gerade. Oder ist das irgendwo noch was? Weiter. Die Dynamitkiste zu stören. Das wäre die Dynamitkiste, würde ich jetzt auch stören. Das wäre der erste Wagen für den Dynamit. Komm schon, Leute. Bring this to the end. 十. Okay. 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 Wir müssen die Wagen entkoppeln. Ja, abmarsch! So, weg damit. Den Flachwagen entkoppeln. Ja, und damit haben wir es geschafft. Hello Mr. Gatling ist abgeschlossen. Schade, keinen Schaden genommen. Wir haben Schaden genommen, aber es ist halt leider nicht machbar anders. Es ist schon machbar wahrscheinlich, aber naja. Wie immer sei, wir haben es trotzdem geschafft. Die Aufgabe ist gelöst. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Assassin's Creed Syndicate. Und dann gucken wir mal, was es so erwartet hier.